WDR mediagroup GmbH Den Föhn in der Hand und das Wasser anholen, was den Schall jetzt dämpfen kann. Halt die Ritze zu, mit nem Handtuch. Ich lass los, entspann den Kuh. Ich hoffe, es heilt nicht krass im Bad. Cause Girls don't fight. Keine Luft aus dem Darm, alles duftet nach Rosen. Nur nach Rosen. Cause Girls don't fight. Egal ob reich oder arm, da geht nichts durch die Hose. Durch die Hose. Cause Girls don't fight. Morgens im Aufzug, du hast wieder ein Bauchdruck. Schnell ein Gehirnmessschrank, hab'n Doodle-Sack dabei. Und gegen den Gestank, leg ich schnell noch einen Brand. Ich schieß den Typ ins Bein, dann kommt die Polizei. Ich lass los, entspann den Kuh. Und keiner weiß dann, wer es war. Cause Girls don't fight. Keine Luft aus dem Darm, alles duftet nach Rosen. Nur nach Rosen. Cause Girls don't fight. Egal ob reich oder arm, da geht nichts durch die Hose. Durch die Hose. Cause Girls don't fight. Hey Leute, medizinisch gesehen macht das alles natürlich überhaupt keinen Sinn. Frauen furzen genau wie Männer. Wir sind nur besser darin, es zu vertuschen. We don't fight. Beim Yoga. We don't fight. Auch im Club. We don't fight. Oder in der Bib. We don't fight. Auch im Büro. We don't fight. Im Baumarkt. In der Sauna. We don't fight. Im Studio. Auch im Kino. Auf der Hochzeit. Und im Weltall. Girls don't fight. Keine Luft aus dem Darm, alles duftet nach Rosen. Nur nach Rosen. Cause Girls don't fight. Egal ob reich oder arm, da geht nichts durch die Hose. Durch die Hose. Cause Girls don't fight. Smell good forever. Wir sind so clever. Für euch smell good forever. Cause we never ever, we never fight. Smell good forever. Wir sind so clever. Cause we never ever, we never ever fight. Cause Girls don't fight. Das Video ist schon vorbei, ist aber gar nicht so schlimm. Ihr könnt einfach hier das nächste Video anschauen, hier unseren Kanal abonnieren oder ihr macht was ganz Verrücktes und geht hier in die ARD Mediathek für ganze Folgen und vieles mehr.